Das ist sehr interessant. Ah, warte mal. Müssen wir wieder umstellen. Ähm... So. Aber haben wir doch. Haben wir doch. Oder muss ich noch einen Tag warten? Aber eigentlich war ja dann schon der nächste Tag, war ich bei meinen, ne? War doch schon. Huh. Ah, ich bin ein bisschen müde. Ein bisschen müde. Ja, ich muss noch mal. Warte mal, machen wir es mal so? Eigentlich dämlich. Eigentlich hätte es schon der nächste Tag sein müssen. Also, ne? Es war ja der nächste Tag. Es waren zwar keine 24 Stunden rum, aber... Es war ja der nächste Tag, weil wir hatten ja irgendwie Abends-Zeit, ne? So 18, 19 Uhr, keine Ahnung. Aber gut. Ja, jetzt hat es funktioniert. Weil es 24 Stunden später sind. Juhu. Dann wollen wir mal. Genießen wir mal wieder das Fest, ne? Oh, warte mal. Ist auf der anderen Seite. Also... werden wir mal kurz die Gau rausholen. damit wir die Strecke auch schaffen. Ne? Wegen der Höhe. Ach ja. Uh. Gleich mehrere gefangen. Oh, ja. Ich hab richtig gelegen. Da war ein Gegner. Und tschüss. Ich bin weg. So. Mal wieder wechseln. Okay. Okay. Thank you, everyone, for your patience. I am pleased to announce that this year's Vine Laysa Fest has officially begun. Okay. We help the residents of Mondstadt and visitors from all over will enjoy the magnificent wines and experience the joy of the harvest. When Windcoming Day arrives, we will hold a grand toasting ceremony to welcome the Anemo Archon Barbados back home. Let the wind lead. No, und da ist Wenty. Razer, you're here already. Ich hab Wenty schon gesehen. Also Barbados. So many people. Ja. Let's think out of here. There's someone we gotta find. Find? Oh. Just some tone deaf bard. But he's also a know-it-all. Ja. Barbados. Den wir nur noch Wenty nennen. Ich hab ihn schon gesehen. Hey, Wenty. Na? Hi. Ich wusste, dass ich dich hier finde. Hey, tone deaf bard. Haha. Lang nicht gesehen. Traveler. Paimon. How do you do? Haha. I had a feeling I'd run into you soon. I had a feeling I'd run into you soon during the book and I'm a true poet. Hmm. But reading between the lines here. If one bottle is tipsy and two is merry, just how many is enchanting exactly? Oh, don't say that. This festival has so much more to offer than just drinking. Ja, haben wir gehört. Es gibt diesmal auch Fruchtsäfte und Snacks und hast du nicht gesehen, ne? Ja. Anyway, hey Razor. How have you been? All right. I have a question. Yeah. Razor has something he wants to ask you about. Know anything about Thousand Wind Wine? Oh, now there's a name that takes me back. Let me think. How long has it been since I last heard someone mention Thousand Wind Wine? Razor's parents left him a box with a half bottle of wine inside. And there's a label on it that says Thousand Wind Wine. We heard there's a lot of history behind this type of wine. And the brewing methods go way, way back. So we figured you'd be a good person to ask. It smells good. But don't know what's inside. I see, I see. So you want to know how Thousand Wind Wine is made? Well, you came to the right person. I happen to know a little rhyme called... Well, as it happens, Thousand Wind Wine. I was going to save it for Wind Coming Day, but far be it from me to deny an early serenade to a friend in need. How about it? Shall I recite it for you? Yeah. A song. Not easy to understand, but still want to hear. Excellent answer. Then, uh-uh. Hear it, you should fill up the barrels and store them away. Then wait, wait for a windier day. Wax the bottles, seal them tight. For the south wind that soothes, For the north wind that bites. How does this fine wine taste to the tongue? As Mondstadt to the ear, Like a sweet dream of freedom. And what are the fruits that went into the brew? An explorer's courage, A love tender and true. A defender's will, Strong as yesteryear. Joining the thousand winds in a song of good cheer. Turning sour into sweet, Bitter notes fade away. As we wait, Wait for a windier day. Thank you so much for the applause. Light wine. A little sweet, But now, Head spinning. Don't understand. Don't worry, It's not just you. That was supposed to be about winemaking, But it didn't give a single detail about the process. Yeah. Well, Maybe it's a little abstract and romanticized, But that's one of the defining features of Mondstadt poetry. Ah, Okay, So, Let's try to pin this down. What did the poem say the ingredients are? An explorer's courage, A love tender and true, A defender's will, And The thousand winds? Song of good cheer? Nope. Paimon has absolutely no idea what any of these refer to. Look, Tone deaf bard, You clearly know what the whole thing means, So could you do us a favor and a- You misunderstand me. I'm not trying to make you work for it or anything, But the lyrics are what they are. If there's anything they left out, Even I can't fill in the blanks. If you want to know the secret behind this sweet scent, You might have to start by rolling up your sleeves. Rolling up our sleeves? You mean, We need to go and make this wine for ourselves? Naja, Wir könnten Diluc fragen. We've known each other for so long. And you still don't trust my intentions? Oh, 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 I trust. I want to try. I want to make wine and find answers. Ich bin immer auch der Meinung, Wir sollten Diluc fragen. If I know how to make wine, Then I know what is in father and mother's wine. Right. No. Was macht sie da jetzt schon wieder hier? Oh, As long as you add ingredients to the mix in a spirit of joy and sincerity, I promise you will reap the rewards you wish for. Oh, Oh, I will tell Poland to teach her. Ah, Ich bin immer noch der Meinung, wir sollten Dilip fragen, weil ich meine, er weiß ja, wie Wein hergestellt wird. Obvious. Er hat ein Weingut. Meine Güte. Okay. Äh, wo? Ach, da oben. Ja, warte, ich bin unterwegs. Ich werde heute noch nicht alles machen, aber so ein bisschen was werden wir schon schaffen. Ich werde auch nur eine kleine Runde spielen. Eigentlich wollte ich auch nach Sumeru. Aber, das klingt doch auch erstmal nachher etwas, ne? Weil das kann ja, ähm, läuft ja weg. Sumeru läuft nicht weg. Na, aber ich bin auch schon gespannt drauf, auf die neue Gegend. Ich will ja auch unbedingt sehen. Die ganze Zeit bin ich schon so, äh, hibbelig deswegen. Weil ich keine Zeit dafür hatte. Nee. Hi. Hi. Ich habe lange auf euch gewartet, meine mutigen Freunde. Bitte nutzt diese fantastische Gelegenheit, um in mir zusammen die Kunst des Abenteils zu erleben und zu versuchen, euch selbst zu übertreffen. Und selbst übertreffen? Hm, Palmon weiß zwar nicht, wovon du redest, aber es klingt einfach großartig. Kannst du uns mehr darüber sagen? Aber natürlich. Moment, ich kenne dich doch, du bist es wirklich. Ah, Gene, es ist also in der Abenteuer-Gilde von Monsters schon so berühmt geworden. Hm, und Palmon? Hat Palmon auch einen Titel bekommen? Das klingt sehr imposant. Und Palmon wird sich das gut merken. Die Sache ist beschlossen. Egal, äh, bei was du unsere Hilfe brauchst, Führungskraft Palmon und, äh, Gene, die ungehemmte Abarbeiterin, die Schatztruhe der Lüfte und die Bezwingerin von Mission werden dir helfen, so gut wir können. Ah ja, gleich mal alles durcheinander gebracht. Gerade hast du von, äh, Abenteuern gesprochen und dass man sich selbst übertreffen soll. Liegt Palmon, äh, richtig mit der Vermutung, dass das eine besondere Herausforderungsaktion der Gilde ist? Ganz genau, ihr habt sicher schon davon gehört, dass die Abenteuer-Gilde oftmals ein Spezialtraining für Neulinge organisiert. Und ausgerechnet zum Weinen-Lese-Fest führt, äh, der immer stärker werdende Westwind besondere Anemograner mit sich. Diese Anemograner können die Fertigkeiten von Abenteuern verstärken und sie das wundervolle Gefühl einer größeren Stärke genießen lassen. Ah ja. Dass es ihm gleichzeitig auch ein Ziel vorgibt, das sie durch ihre Anstrengungen erreichen können. Daher hat Cyrus mich damit beauftragt, die Gebiete abzusuchen, in denen sich diese Anemograner verteilt haben. Und die Orte zu finden, an denen sich böse Monster und Banditen herumtreiben. Die an der Prüfung teilnehmenden Abenteuerer müssen diese besonderen Anemograner mit Bedacht einsetzen, um diese Gegner zu besiegen. Daher werden sie ihre Fähigkeiten verbessern, mentale Durchbrüche erzielen und bessere Zukunftsaussichten bekommen. Meine Güte. Na, das ist doch spannend, oder? Joa, doch, doch. Das klingt tatsächlich toll. Palmon kann sich auf den eigenen Instinkt verlassen. Wir haben sowieso schon genügend gegessen und getrunken. Wenn wir nicht bald etwas Training bekommen, werden wir noch Fett ansetzen. Naja, nicht wirklich. Ganz genau. Krempelt die Ärmel hoch und versucht es einmal. Wenn ihr an dieser Prüfung teilnehmt, wird das ganz bestimmt noch viele andere Abenteuer anziehen. Und nun, das werde ich euch das erste Herausforderungsgebiet zeigen. Also los, ich werde eure Heldentaten aufzeichnen und mit anderen Abenteuern davon berichten. Ah ja. Ah. Okay. Und den kennen wir auch. Okay. Ganz in der Nähe. Dann wollen wir mal. Stille, kannst du dir nicht von meinen erzählen? Ah, hier. Während der Generalproben des Götterwinds kannst du die Boni der Mann... Ah, okay. Ja, gut. Ne, im Herausforderungsgebiet gibt es für feindliche Lager. Zwischen den Lagern... Ah, wieder das. Ja, gut. Das kennen wir schon. Oh, verdammt. Ach. Oh, verdammt. Off with you. Take that. You're open. How's this? You're open. Ah, da bist du Oh ja Und wir kriegen die Dings dazu Von den beiden Das gefällt mir Weil die können wir echt gut gebrauchen Diese ganzen Wappengedönse Nein Hier, mitnehmen Aber warte mal, wir können auch hier Das Das und das Ne Ey, mach doch mal kaputt hier Okay, heute nicht Heute Damit wir auch da ankommen Wo wir ankommen sollen Okay Ist es nicht eher das? Ja Ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Okay, warte, warte, warte Warte, warte, warte Ja, ich weiß, wo das nächste ist Ist ja gut Ich will trotzdem erstmal alles mitnehmen Was hier vielleicht noch rumliegt Man weiß ja nicht Okay Dann let's go Naja, so weit ist es mir gar nicht entfernt Doch, ein bisschen Geht Ah, das ist doch ein bisschen weiter entfernt Die sind gar nicht richtig hochgekommen Kann auch sein, dass ich lange noch im Windfeld geblieben bin Ah ja Ah ja Useless To Ashes Lament Tier Worthless Tier Worthless Oh, warte Ich hole dich mal da runter Ah ja Wo denn? Ach da Ich hole dich mal da runter Oh, warte Nein Ich hole dich mal da dran Ah ja Oh, warte Ich hole dich mal da dring, du Ich hole dich mal da dring, du Ach komm, schon gleich der nächste? Das Video erst mal heilen. Nicht mal was in der Nähe zum Heilen, ne? Ich hab schon alles mitgenommen, ja. Hey, ne Güte, äh, hier. Na, wir haben es ja markiert. Ich würde auch sagen, ich mach es beim nächsten Mal weiter, es ist schon ein bisschen spät. Ich gehe immer rechtzeitig ins Bett und so, Frühschicht momentan und alles, ne? Ja. Aber wenigstens habe ich schon mal wieder ein bisschen was mitgenommen. Ja. Warte. Okay. Warte. Ja, Dendro ist hierbei aufgetaucht, ne? Was haben wir hier? Ah, ja, ja, das ist die Abgelaufenen, genau, von dem anderen, ne? Dings können wir auch noch machen, ähm, leveln. Okay. Ja, hier können wir nochmal reingehen. Wegen dem hier. Ah. 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 Achso, ja, 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 hm. Na, ist noch zwei Stück und dann haben wir hier Dings, Bosskampf, ne? Ah, und da ist es auch erst in zwei Tagen verfügbar. Na, geht ja noch mal ein bisschen das Fest, ne? Okay, ja. Ja, geht ja 17 Tage. Das kriege ich hin. Ah, erreiche eine Festgleichkarte von 200, blablibli, blubb, ja. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Klee und Razor. Also, und wenn die im Hintergrund. Vielleicht bringt uns das jetzt endlich mal Glück. Ah, warte mal. Erstmal hier, natürlich. Wen wollte ich denn als nächstes gelevelt haben? Ah, ja, hier Rosarie, ne? Äh, hier. Hier. Okay. Keine Ahnung. Ähm. Da fehlt mir noch was. Warte. Warte mal. Ah, Junian kann man eigentlich auch, ne? Wäre gar nicht mal so schlecht, weil ich sie immer benutze. Ist ja eigentlich immer irgendwie im Team. Ne? Okay. Ja, hier müsste ich erstmal gucken, dass ich hier überhaupt, äh, dann die richtigen Dings für bekomme, ne? Dass wir da überhaupt was machen können. Ja, okay. Ja, ja. Haben wir gerade ausgegeben. Ähm, dann gehen wir nochmal kurz hier rein. Genau. Ähm, einmal das. Und ich glaube, das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Hier haben wir jetzt 10 und hier jetzt 6. Okay. Äh, genau. Vielleicht kriegt Venti. Drückt mir die Daumen. Bitte einmal Ventus. Äh, äh, Ventus. Ja. Venti. Bitte einmal Venti. Bitte einmal Venti. Oder generell eine Figur. Nicht nur Waffen. Oh, Sayu ist aber auch neu. Die war auch cool. Das war das Ninja-Mädchen. Aber mehr kriegen wir nicht, ne? Naja. Boah. Aber Sayu ist auch gut. Ich wollte zwar, äh, Venti haben. Immer noch. Ähm, aber ja. Ne? So, warte mal. Äh, hier. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, hier Wanderarzt ist ganz gut, ne? Habe ich da überhaupt jemanden noch im grünen Bereich? Nein, ne? Also, sonst hätte ich das gleich geändert. Wenn da noch jemand gewesen wäre, aber... Gut. Ähm, das ist das. Das ist das. Das ist das. Einmal hier durchgehen. Ne? Nicht schon echt süß. So, welche Waffe hat sie eigentlich? So ein großes Ding? Okay. Ich meine... Go for it, girl. Ich habe jetzt eher an so eine kleine Waffe wie Kaya gedacht, aber... Das ist, glaube ich, äh, ne? Ah, nee, das ist das. Hm. Na gut. Ich meine, warum nicht? Aber ich habe doch vorhin noch eine neue Waffe gehabt, ne? Aber wahrscheinlich dann nicht, äh... So eine. Windfalke. War das die? Die ich gezogen habe? Ich glaube nicht, ne? Ah, die hatte ich ja schon. Warte mal, das sind ja die Waffen, ne? Genau. Ne, das war nicht die Waffe. Sorry. Äh... Mal kurz ein paar Bogen gucken. Ich meine, wir haben vorhin eine Dingswaffe gezogen gehabt. Warte mal, könnte auch ein Buch gewesen sein, ne? Ich habe da nicht so drauf geachtet. Oder war das das hier? Ich habe, wie gesagt, nicht drauf geachtet. Oh, okay. Damit können wir auch verbessern? Ah, nein, es ist nur für die hier, ne? Nur für das Auge des Gelöb... Gelöbmisses. Okay. Okay. Deswegen haben wir auch genau vier Stücke gehabt, weil man es ja nur auf fünf, äh, machen kann. Damit man das genau, äh, auf die Stufe, ähm, verbessern kann. Warte. Ja, und jetzt fehlt uns schon wieder was. Aber ist ja auch gar nicht schlimm. Ich weiß noch gar nicht, wem die Waffe dann nachher, äh, beziehungsweise das Buch dann nachher, oder beziehungsweise das Ding nachher dazugewiesen wird. Elementarfähigkeit, Aufladerater. Hm. Hm. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn, äh, Venti irgendwie hier Dings hat, dann Venti, aber... Ich weiß noch gar nicht, welche Waffe Venti hat. Warte. Keine Ahnung. Ich glaube, Magie, ne? Kann das sein? Hier war doch noch grad was. Ah, wahrscheinlich nur die Dings, ne? Mehr nicht. Egal, ähm, gut. Dann werde ich mich jetzt erstmal wieder zurückziehen, äh, pausieren. Ihr wisst Bescheid, ne? Dann machen wir bald weiter. Na, aber für heute ist erstmal Schluss. Das war's. sabeー? Untertitelung des ZDF, 2020